So Leute, da sind wir wieder zurück, nachdem kurz mal ein Internet weg war. Ja! Ja. Mussten wir natürlich dann nochmal alles so weit hinspielen, war ja nicht viel, zum Glück. Haben wir gleich nochmal ausprobiert, ob die Safestats auch funktionieren. Natürlich funktioniert das. Ja, das ist überhaupt nicht. Natürlich jetzt frei war, dass wir auf der sicheren Seite sind. Ich glaube, das ist auch ganz gut dafür. Ja. Ah, ist das scheiß Ding dann schon wieder. Ich habe mein Handy neu starten, weil ich nicht von meinem Internet da gerade rum. Das hatte ich heute Morgen auch. Das ist ja heute Mittag. Nachdem Disconnect jetzt gerade. Ich glaube, das hat man gehört, weil mein Handy noch im Laden war. Bei mir nicht. Nee, bei mir. Weil mein Handy geladen hat. So. Daran zu kommen. Bitte befetten, ist das schwer. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wenn du so fett bist, das wissen wir ja. 60 Prozent. 60 Sterne. 60 Prozent? Ja. Drennt er übergeben. Das macht er automatisch diesen komischen Scheiß. Alter. Ja. Ja. Hast du das? Keine Ahnung. Er hat's geschah. Aber man hat ja genug Zeit dabei, deswegen. Relativ, ne? Ja. Aber das passt sogar. Mhm. Auch wenn du oft genug dagegen springst, außerdem. Ja. Was connectet er mich denn, er ist für Melan? Oh, nein. Ich hasse die Fässer hier, ne? Ja. Nein. Nein! Lass mich doch da rein, ne Sau. Blasch ist so behindert. Dem, 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 dem. Oh, haha. So. Nichts verarschen. Die Biene. Lass. Ach, natürlich über den Falschen, warum nicht connectet. Oh, du armer Junge. Ich habe so ein Mitleid von dir. Nicht. Von dir? Von mir, ja. Ja, klar. Danke. Und du Wixler, du sollst dich da mit connecten. Der hat mich verarschen. Der connectet sich mal mit dem anderen, den ich hier stehen hab. Okay. Arschloch. Ah, ne. Gibt's denn hier noch? Oh, meine, gibt's denn mit dem? Es bleibt, dass du sowieso nochmal neu starten musst, glaube ich. Verbindet ja nicht wirklich. N, 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 N. Was, du bist ein Piep? Du bist ein Schornsteinfeger? Du bist ein Negerkuss? Das sagt man nicht, aber jetzt hab ich die Banane vergessen. Sag doch nicht Schokokuss. Ach ja. Halt dich doch verdammt fest. Fleisch ist da. So. Do. Hom. Fleisch ist so. Do. Hom. Danke Hund. Danke, dass du bellst, ne? Ich hör nichts. Aber meine Aufnahme hat man das. Fick dich. Ach ja. Jetzt hab ich's gehört. Weil du gerade geredet hast in dem Moment. Ich weiß. Wenn du einen Ton oder einen hässlichen Ton von dir gegeben hast. Hallo, ein lieblicher Ton. Ach du bist hässlich. guck mal wie er wigglt. Guck mal wie er wigglt. Wiggl, wiggl, wiggl. Wiggl, wiggl. Wiggl, wiggl. und ich habe mich darauf gehaftet ich habe wenn das immer ein jungen gespielt ich bin jetzt bei mir damit ich nur es kann damit man nicht die ganzen geräusche hört und bei dir mach ich das einfach nicht weil er einfach behindert ist ne leute überhaupt nix oder wie ja auch wenn ich jetzt wieder machen außer nun nicht jetzt habe ich mich wieder angemacht ja und ist egal ob es interessiert dich das auch nicht ich möchte diesen kanal zu einem anstand vorziehen ok ich möchte mich verbessern ich möchte nicht mal dieses image bekloppt sein das schaffst du eh nicht bist du fett da gibt es einen trick ja du musst immer an dem ersten pfeiler stehen weil er den immer nach vorne wirft heiz maul ist ja kann ich das aber ich keine lust dazu hat schafft er es schafft er es genau so zehn sekunden auch wie bei dir ja und ich bin aber dafür mehrmals gegen gegen das scheiß ding gelaufen ja das bist du bist auch dämlich hätte ich bestimmt mehr sekunden übrig gehabt schafft er es die plattform erreicht mensch ein checkpoint ein haumann und geld hast schon wieder ein räckchen halt die fresse jetzt fängt es wieder an dass ich kommentiere weil sein das fläsch ist ein räckchen ich hatte da versuch das jetzt gar nicht versuch einfach runter zu gehen ich komme da gar nicht rein so einfach zu springen er will mich der will mich aber nicht rein kommst du nicht rein du hast ein scheiß ausfälle guck dir auch mal deinen donkey kong an willst du deinen kitty an weißt du bist behindert flash jetzt geschafft ich hasse das mit den hin und her klettern wie hallo ich werde nicht sagen aber du hättest und noch recht lang gehen können noch genau das ist auf jeden fall dir sehr spaß macht mit fässern wieder zu stehen ja dass sie immer besser werden nachher was hält es eigentlich von so einem superschnell level ach jetzt mal vielleicht vielleicht ist ein arschloch immer zu mir dass das auch nicht gespielt oder hast du das gespielt gab das donkey kong das ja das donkey kong habe ich gespielt haben wir sogar noch dann kennst du sogar die ganzen bosse oder nicht kennst du dann noch die bosse ein paar levels ich weiß gar nicht wie weit ich überhaupt gespielt habe kannst du bestimmt an nichts mehr ändern oder doch nein kann ich nicht ich lasse das mit den fässern war hier nicht noch was ja ach so ja und was brachte das gar nichts haben wir war ja klar dass ich sowas hinkriege ich sag mal so bei dem donkey kong hat man viel mehr leben als normal bei dem donkey kong hast du viel viel mehr leben okay wenn du gar nicht stirbst bist du nach bei 135 leben und vielleicht wenn du noch mehr eingesammelt hast hast du geschafft ich hab auch schon 101 prozent geschafft aber nicht mit allen leben alter sucht die naja komm was war denn nochmal hier ach ja er wollte ja nachher genau die muschel haben er wollte auch die muschel haben ich glaube die hat entweder 10 oder 15 gekostet die muschel ja der spiegel hat ja eigentlich 50 gekostet neja aber du konntest irgendwie die ähm die muschel oh mein gott wo ist das ach scheiße war ja x war ja erst ne du bist so schlecht ne ich kann das nicht du bist so schlecht ne war ich grad wirklich 5 war die gleiche lol ich glaub das spiel mag nicht das hat schon so gemerkt der hat andere controller japan paddel 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 eh komm geh unter die brücke komm da jetzt noch auf mein level immer wieder falsch ich frag gar nicht erst ernsthaft spiel ich will einfach nur das haben ich glaube ich die kackfische ich will mit ihm sterben ich will mit ihm das level fertig machen nein nein die kackfässer weg eine stopp halt stopp ach ja bist du ein spaß die kleiner flach wichser du hast bananen vergessen gibt aber auch noch extra leben wenn du vorläufst ja ich weiß dafür habe ich auch kein bock auch nö diese dinge die neffigen dinge das hast du jetzt gerade nicht gesagt ne habe ich auch nicht kommt da drauf weiß er nicht bist du jetzt bei der hälfte ramst am baaramsams da war nix da war nix das kann sein ich habe angst dass ich hier schon sterbe ja ich weiß was hier war bist doch gleich beim ziel ja und ich habe vergessen egal man muss ja nicht alles hier haben ich bin ja nicht auf perfekt trotzdem bin ich gleich mal wieder du